Von seinem Platz am Rand beobachtete Manu, wie die Anwesenden im Situation Room in kleinen Gruppen diskutierten, telefonierten oder die Vorgänge auf den Bildschirmen verfolgten. Die Route der zwei Drohnengruppen Richtung Südosten und Südwesten. Einer der eifrigen jungen Assistenten rief für Gil Informationen über Fay auf einen Monitor. »Fayola o jetunde«, sagte er, »wie von Ihnen gewünscht«. Der General rückte näher zum Präsidenten. 42 Jahre alt, geboren in Lagos, Nigeria. Eltern sterben, als sie fünf Jahre alt ist. Sie wächst bei den Großeltern mütterlicherseits auf, wohlhabende Oberschicht, kommt im Alter von 18 Jahren in die USA, studiert Philosophie und Physik in Stanford und am MIT, arbeitet anschließend als Assistentin am MIT, spezialisiert sich auf Klimathemen, US-Staatsbürgerschaft, geht für zwei Jahre ans Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung in Berlin-Deutschland, lernt in Deutschland ihren heutigen Mann kennen. Benjamin Rabelt, Ingenieur, wechselt für zwei Jahre zum Weltklimarat nach Genf. Heirat, Kinder, zunehmende Beschäftigung mit und Veröffentlichungen zu Themen rund um Geoengineering. Ihr Urteil zu den chinesischen Drohnen hat daher einen soliden wissenschaftlichen Hintergrund, unterstrich Manu die Ausführungen. Irritiert blickte der Assistent hoch, bevor er fortfuhr. Vor sechs Jahren der Wechsel ins Klimasekretariat der Vereinten Nationen in Bonn, eine der angesehensten Expertinnen auf ihrem Feld. Sonst hätte ich sie in solch einer Situation vor diesem Forum nicht um ihre Stellungnahme gebeten, sagte Manu. Ich denke, wandte sich der General nach einem kurzen Blick auf Manu an den Präsidenten, es ist höchste Zeit, dass der Zivilist uns verlässt. Er hat immerhin wertvolle Informationen beigesteuert, erwiderte Gil, bevor er sich an Manu wandte. Doch der kam ihm zuvor. Ich wollte gerade zurück zum Dinner, sagte er. Die Gäste werden sich schließlich wundern. Du entschuldigst mich bei ihnen, sagte Gil. Mach ich, sagte Manu. Sie werden es verstehen. Toni schielte ins Schlafzimmer. Cecile hatte sich von der dünnen Decke befreit, doch ihr Atem ging regelmäßig. Er wandte sich wieder seinem Handy zu. Das Internet spielte verrückt. Die Drohnen waren überall. Auf dem alten Telefon musste er noch die Nummer der Katerin haben. IFA. Lange her, dass er an sie gedacht hatte. Er wischte die Drohnenbilder des alten Videos weg und gab bei den Kontakten ihren Namen ein. Fand die Nummer. Um das damalige Projekt war weit höhere Geheimhaltung betrieben worden, als bei anderen Film- und Fernsehproduktionen, in denen Toni mitgespielt hatte. Die Schauspieler hatten nicht einmal das ganze Skript gekannt, nur ihre eigenen Szenen, hatten laut Vertrag nicht mit anderen darüber sprechen dürfen. Letztendlich war das aber belanglos gewesen. Der Produzent, dessen Namen Toni nie erfahren hatte, war mit dem Ergebnis unzufrieden gewesen und hatte es zurückgezogen. Toni hatte nie wieder davon gehört. Zu seiner großen Enttäuschung. Er hatte sich viel davon erhofft. Größere Rollen, irgendwann den Durchbruch. Stattdessen war er hier in Kenia im Resort gelandet, als Animateur. Ich hoffe, euch hat die Hörbuchvorstellung gefallen. Bitte gebt einen Daumen nach oben, denn das hilft dem Kanal. Falls ihr das Hörbuch schon gehört habt, dann schreibt doch einen Kommentar, wie es euch gefallen hat. Dieses Hörbuch gibt es jetzt kostenlos im Probeabo. Schaut in die Infobox, dort findet ihr Links und weitere Hinweise. Hier rechts findet ihr eine weitere Hörprobe. Bitte lasst auch ein Abo da und die Glocke aktivieren, dann werdet ihr immer über neue Hörbücher informiert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017